Herzlich Willkommen bei der spirituellen Lebensberatung von Regina Tietz in Kleve. Ich biete Ihnen Rückführungen in ein vorheriges Leben an und befreie Sie von störenden Fremdenergien. Erkennen Sie gemeinsam mit mir die Ursache für eine unangenehme Wirkung in Ihrem Leben und finden Sie auf diese Weise die Lösung Ihres Problems. Rufen Sie mich für ein kostenloses Informationsgespräch an. Ich freue mich darauf, Sie näher beraten zu dürfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017